Jo, schon willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt schon sehen, die Lebkuchen-Skins sind wieder im Shop. Einmal hier der Mann, dann die Frau. Dann gibt es bei beiden noch so extra Varianten. Einmal lachend und verbrannt. Dann hier noch passend dazu eine neue Spitzhacke, Plättchenform. Und ein neuer Hängergelöter. Ich habe mir jetzt einfach nur die Frau geholt, da sie mir am meisten gefällt. Dazu gibt es passend diesen Rucksack, aber ich spiele den Skin am liebsten hier so mit dem Schwert. Ich werde jetzt einfach ein bisschen Chili-Solo spielen und ja, los geht's. So, erste Runde hier Pleasant. Der tanzt einfach in der Luft. Der Skin sieht auf jeden Fall richtig geil aus, vor allem in der verbrannten Variante. So, hier ist einer. So, der nächste kommt hier. Tja. So, hier ist auch auf jeden Fall jemand. Och, Junge. Boah, ich fick den halt so hinterher. Huh? Huh? Der hat irgendwie voll gelaggt, auch perfekten Medikits. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass die Lebkuchen-Skins wiedergekommen sind. Eigentlich dachte ich, dass diese verbrannte Variante nur für die Leute ist, die den Skin davor schon hatten. Aber ja, jetzt haben das irgendwie alle. Aber da ist ja nichts dagegen. So, hier ist auf jeden Fall noch jemand. Hä, es hat einfach nichts getroffen. Alter, was er für Sachen hatte. So. Okay, da liegen Verbände. Aber ich gucke erstmal hier in der Kiste. Ich brauche unbedingt was zu holen. Ist hier vielleicht was? 150 Metall. Okay, kommen noch 35. Nein. Okay. Ja! Okay, aber die Minis schaffe ich leider nicht mehr zu kaufen. So, komm, bitte Schild. Ah, aber okay, ist auch gut. So, wo könnte ich jetzt noch Schild finden? Da vorne ist auch schon der nächste Gegner. Okay, da ist doch eine Kiste. Okay. 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 So, jetzt auf jeden Fall jemand. Okay, mit seiner Scoop da eher wie er da stand. So, was liegt denn da Schönes? Ist das ein Diegel? Oh ja, das ist ein Diegel. Beste Waffe. Da oben ist auf jeden Fall jemand. So, hier ist noch eine Kiste. So, ich würde sagen, ich hole mir da vorne noch ein Flugzeug. Falls da noch welche sind. Oh, da ist jemand. Aua. So, jetzt hole ich mir noch kurz ein Flugzeug. Ah, hier ist jemand. Okay, das ging schnell. Aber mir tun irgendwie die Leute bisschen leid, die die Lebkuchen Skins schon davor hatten. Ich finde es auch irgendwie besser, wenn für die Leute, die die Skins schon davor hatten, eine extra Variante kommen würde. Also wenn jetzt zum Beispiel nur die, die den Skin davor hatten, dieses Verbrannte hätten. Was macht der denn? Wie der sich dreht. So, ich gehe jetzt mal weiter in die Zone. So, ich gucke noch kurz, was hier im Lootjob drin ist. Oh. Äh. Ja, was mache ich jetzt? Ähm. Äh. Ach komm, ich lege einfach die Diegel weg. Oder? Nein. Ich weiß nicht, was ich weglegen soll für die Snapper. Ach egal, ich lasse jetzt einfach mal die Snapper liegen. So, ich blick mal hier in die neue Zone. Noch zwei Leute leben. Da ist auf jeden Fall einer von denen. Okay, der ist nicht schlecht, glaube ich. Ah, nur noch eine. Ja, okay, ich gehe einfach jetzt runter. Oh nein, ich habe vor den Dingern so Angst. Oh. Trotzdem kommt jetzt zu meinem Garten, unglaublich zu den Garten. Ich gehe jetzt nicht hin. Oh nein, das ist Herr Tod. Cain. Ich gehe jetzt nicht dran. ギ directions vom d Summer Monat. S plan extrem guarded aus, aber es geht die Cl Regina jetzt aus. So, das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe euch hat's gefallen, falls ja könnt ihr gerne dann nach oben da lassen und vergesst nicht zu abonnieren, ich glaube noch 2000 ungefähr, bis zu den 100.000 Abonnenten, bis zum nächsten Mal, tschau.